So, hi Leute, willkommen zu einer neuen Pokemon Presents Reaction und zwar heute am 3.8. haben wir eine neue Pokemon Presents bekommen, 19 Minuten, wir fangen direkt an, let's go! Pokemon Presents, mit dabei ist Max. Hello everyone, I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. In today's Pokemon Presents, we will be sharing information on several of our games, including the boxy, sterling, and demon violence. Guck mal da links, die offiziellen Gen 9 Starter-Plüschtich. Chris Brown! No, ich bin Katsu Trophy. Pokeball. Oh. Süß. So, ist das vorbei? Bin ja nicht so competitive, deshalb schneid ich das wahrscheinlich raus. Aber nicht Pokemon Go, oder? Doch. Doch. Ja, ist okay. Oh, warte, warte, warte. Pokemon Unite? Hä, Regigigas? Nicht Schweba, nicht Schweba, Mike. Oh. Mach schon vorhin. Gameplay gesehen von einem neuen Viech. Was? 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 Ich dachte, Glurak wäre ein Maskottchen. Boah, Game Freak hat es echt schwer. Kann sich nicht entscheiden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chubby Boy. Ich muss das spielen, Max. Will ich das spielen, das ist mein Main. Alter. Oh mein Gott. Star Platinum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Star Platinum und Tower of Brains item. Hä? Achso, Despotan. Was? Das ist guter. Star Platinum ist von United. Die sind immer so krass gut und die kosten immer so viel. Ich fasse mein Leben. Jedes Mal will ich das Spiel sehen. Die lohnen sich halt vom Press ja überhaupt nicht. Hä? Not actually get... Oh, oh. Was haben wir hier? Uh. Man, Koronetz. Keine Ahnung. Was? Warte, was? Let's go? Was ist das? Master Sex. Master Sex ist das. Äh, was das? E-X-Mach natürlich, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Jürgen, das war genau das Model halt. Jürgen, was für Let's go als Maul. Was für Let's go. Ihr habt es gedacht, als ich den Thriller gesehen habe. Ha! Freust du mich, wie enttäuscht ich das war? Ja, ich war auch grad voll enttäuscht. Es geht einfach nur um Master Sex. Mewtwo. Na ja. Der vierte verschiedene Pokémon erster Film. It's back. Zum vierten Mal. Mensch, was? Oh. Oh. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Josuke, siehst gut aus. Oh. 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 Sie lachen in meinen Armen. Kein Krokodil alleine. Oh, die letzten. Ah, guck mal hier. Die Hälfte. Die Hälfte. Ja. Äh. Okay, komm. Let's go. Zeig, zeig, zeig. Give me. Give me. Oh. Boah. So hätte Legends aussehen müssen, aber egal. 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 Schwarzes Fellino. Ist doch braun. Oder braun. Ist auf dem Schwarzhaus. Ja. Ist das die Regionalform von Fellino? Oder wie? Ja. Oh. Treasure Hunt. Haha. Wie die sich bewegen. Ich... Man... Jeder wusste es, dass die... Das wusste jeder. Jeder wusste, dass die zu irgendwelchen Bikes werden. Aber dass die denn gar nicht zu Fremsklaven werden? Oh, ich find's das jetzt einfach so ra... Leute, die können fliegen. Ich find's das einfach so random Fellino mein Leben beigezeigt haben. Ja. Das wär's nix besonderes. Ja, da ist doch ein braunes Fellino. Ich hab's mir gedacht, dass man einen Kaurus sehen würde. Aber nein, das war das eine Elefanten-Pokemon-Auswirtschaftenschild. Oh. Boah. Wie schön. Das war ungewiss. Ich find das Spiel echt schön. Was war das denn grad? Das war ein anderes Pokemon. Alter, das sieht richtig gut aus, das Spiel. Und die Leute. Also ich bin wirklich geil auf das Spiel. Das sieht echt gut aus. Und das ist mal was anderes. Das ist nicht einfach nur jedes so 15-Pokemon-Abenteuer. Das ist was ganz anderes mal. Aha. Viele neue Charakter. Uh. Hä? Oh, das sieht cool aus, das Viech. Das sah richtig cool aus. Ja, Entwicklung, Entwicklung zeigen, Entwicklung! Schade. Ich hätte ja sein können. Learn together. Das rote Korn ist zurück. Learn together. Find something to treasure. Hä? Der hat neue Gimmick. Kristall-Pokemon. Oh my god. Kristall-Onyx. Was passiert da? Hä? Neue Entwicklungen. Hä? Warte, was? 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 Ich versteh's nicht. Ich versteh's neue Gimmick nicht. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Das ist auch toll. So. So früh schon. Naja. Wir sind jetzt eine klare Bildung von deinen Gehen in der Paldea-Region. Ich würde mich ein bisschen deeper in die Informationen präsentieren. Also, wir schauen uns zusammen. Schauen wir mal. Okay, los. Let's go. The newest titles in the Pokemon series are the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games. These titles will be open-world RPGs. A first for the Pokemon series. Äh, Legends am a joke to you? Legends is the open area. Ja, wow. Oh, Paldea heißt die Region. Paldea. Ja. Ja, so wie's gelebt wurde. Ja, Psch. Kali liegt's hier. Ja. Die sind voll cool aus. Beide. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Sind beide richtig cool. Oh. Er braucht schon ein Bike mit dem Helm. Ich hab'n Pokemon. Ich hab'n Legi. Okay. Der Mann ist'n... Ja. Student. Hä? Und ein spezielles independentes Studieprojekt erwartet euch. Der Schmutzhund. Durch das, du wirst auf eine Reise, um ein Schmutzhund zu finden, hier in Paldea. Ein Videospiel, wo ich in die Schule gehe. Toll. Ne, vielleicht wird's super. Sieht auf jeden Fall sehr super aus. Und das Pokémon auch. Mike. Ja. Oh, okay. The other two stories you'll experience hold many surprises and discoveries as well. Which story will you begin with? How will you progress through them? It is all up to you. You. Test of characters. Freut mich. Professor Sada. Oh mein Gott. Professor Churro. Professor Gigachat. Da. Mr. Clavel is the director of the academy you'll attend. And Mr. Jacques is your homeroom teacher, who teaches biology. Sag. You'll have your battle-loving friend, Nimona. And you'll meet Arvin, an upper classman and a great cook. There's also Penny, a shy student in your grade. Penny. There are gym leaders too. Like Grusha, the ice type gym leader. The people you meet in Paldea are sure to enrich your adventures. Haben wir irgendwie klar. Paldea Region. Many different species of Pokemon. Also call. Guck dir die Details an Tanzer an. Und dann willst du mir sagen, das Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe es. Wooper. Super Wooper. Ah. Oh mein Gott. Ein Pudel. Fidu. Was bist du? Was bist du? Ich will das im Team haben. Das sieht so cool aus. C-Titan. Oh cool. Of course we also have the Pokemon from which you choose your first partner. Spaghettiito. Boah was? Die muss mir nur noch zeigen. Die weiß ich nicht. Die kenne ich nicht. Die Shutter. Enjoy needing lots of Pokemon. And complete your Pokedex as part of your adventure. Loil. Was? Selfie. Gibt es welche Emotes in dem Spiel? Anscheinend kann man ja online spielen mit ganz vielen Leuten. Achso bis zu drei Freunden plus. Ja reicht eigentlich auch. Ey Max, das müssen wir auf jeden Fall zusammenspielen. Terrestrial Phänomen? Was ist das? Oh. Megaentwicklungen? Kommen sie zurück? Der Terrestrial Phänomenon macht Pokemon shine, wie Gems. mehr wie Zettatark. Hm. Das wäre wichtig. So wie ich es gestatten habe. Ja, die werden einfach zu einem Kristall wie ich. Die kriegen einfach... Accessoires. Das ist keine neue Form, es ist einfach nur ein Accessoire, was sie bekommen. Klingt gut. Ja. Toll. Boah, dieser Lag. Hast du einen Lag? Guck mal, Ingame Lag. Ich hoffe, das wird gefixt. Oh, oh, oh. Hä? Wollong Pikachu. Was? Okay. Nein? Also Megaentwicklung, nur ohne dass man sie neu designt. Entwickeln es doch einfach. Neu, wie Nebulock aussieht. Ist ja schon wieder neun... Neu... Gas. Was? Was auch mal. Wir mussten einfach Dino-Rades kopieren. Nein, oder? Nein. Ich möchte nichts aus Gen 8 wieder zurückhaben. Ist das... Oh. Ich mochte die Rades noch nie. Ich fand die richtig boring immer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber coole Animation, wie der den Ball wirft. Ja, ich find's wie besser wie... Shit. Ja, ja. Wo es einfach nur groß wurde und dann... Zupf. Ja, ufff. Sick. Binde binde binde. Wir haben alle Dinge, die du liebst, über Pokémon. Grafik. Das war's? Nein. Zeig doch mehr. Ja. Ich zeige euch drei neue Pokémon, das war's. Eins davon... Neuformen. Genau. The Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games are available to pre-order at participating retailers now. Receive a special Pikachu. Warte mal. Early purchase. Wahrscheinlich bis Februar oder so. Kann ich mir gut vorstellen. It knows the move fly. Its Terra-Type is flying. Also Ballon Pikachu. Kriegt man wieder. Cool. Ja, cool. Ja, zum Glücklich in einem Monat habe ich nämlich Jojo am Radar. Ja, also ich muss ehrlich sagen... Ich bin gar nicht mal so traurig, dass ich das nicht live mitgesehen hab, weil... Das war echt nichts Besonderes. Es war... Trailer. Ja. Die meisten haben sowieso nur zugeschaut, um News zu bekommen zu Skeleton Violet. Und da kriegst du einfach... Kann ich einfach sagen hier... Ich lass Gameplay laufen, ich erzähl was da gesagt wird. In... Zwei Minuten zusammengefasst. Ja, also. Was ist eure Meinung zu den neuen Pokémon? Ich muss ja sagen... Feeling ist super. Feeling ist super. Äh... Wo sieht man den am besten? Also auf jeden Fall. My Lieblings Charakter ist äh... Er oder sie. Weiß ich nicht. Moment. Ja. Grusha ist auf jeden Fall besser My Lieblings Charakter. Ich mag einfach wie er oder sie. Keine Ahnung. Max meint, das ist und er. Wie diese Person aussieht. Ich mag ihr Pokémon... Sein Pokémon. I don't know. Gigachat ist super. Ähm... Ja, dieses... Genau, warte. Ja, einmal, einmal. Form of Whoop. Ich liebe dieses Pog-Gesicht einfach. Ich liebe es. Ja. Wir haben ja ein neues Whooper. Was für eine Form wird das haben? Gift Boden übrigens. Es ist Gift Boden übrigens. Gift Boden! Oh, das ist ein cooles Taiping. Das tue ich vielleicht in mein Team. Ich will erstmal wissen, was die Weiterentwicklung ist. Das gab's bisher nur bei Niloke und Niloqueen. Das ist richtig cool. Ja, ja, okay, Bodengift. Der Pudel sieht ganz süß aus. Das ist zu viel. Aber... Ja, cool. Aber würde ich wahrscheinlich nicht ins Team tun. Ähm... Ja, weil ich nicht jedenfalls den Punkt mal ins Team nehmen kann, ne? Genauso wie ich auch eine Chonk wahrscheinlich nicht ins Team tun werde. Auch wenn sein Name natürlich... Unfassbar super ist. Unfassbar wupper ist. Und hier... Zu teilen ist richtig cool. Also ohne Witz. Ich mag das Design sehr. So. Es sieht aus wie eine Kugel. Und dann außerdem nichts hat es einen Mund. Also über sich aber... Das sollte man auch einen Ball darstellen, so. Richtig cool. Trotzdem richtig, richtig cool. Ja, das neue Crystal Feature finde ich in Ordnung. Ähm... Ist für mich einfach mega Entwicklung. Ohne dass sie sich irgendwelche neuen Designs ausdenken. Ähm... Okay. Ne? Ich mein so... Zumindest haben sie sich das... Also... Die Designer bei Pokémon... Haben sich diesmal die Pokémon in Ruhe gelassen. Und haben diesmal sich auf die Overworld konzentriert. So wie es scheint. Zumindest auf die Grafik. Ne? Wird sich wahrscheinlich gelohnt haben. Was ist von den drei Pokémon euer Liebling? Schreibt es mir hier unten in die Kommentare. Also meins auf jeden Fall zu Titan. Max auf jeden Fall Felino. Und... Ja. Das wars. Max, das wars. Ja. Das wars. Ja. Äh, ciao.